Der Zirkus Charles Knie hat durch 50 Städte in Deutschland begonnen. Chefdresseur Marijama stellt die kalifornischen Seelöwen Steffi und Kulus in der Manege vor. Die zweieinhalb stündige Zirkusshow bietet den Zuschauern einen abwechslungsreichen Wechsel von preisgekrönten Artisten und exotischer Tierdarbietung. Mehr als 1400 Menschen haben Platz unter der 13 Meter hohen Zirkuskuppel. Weißgekrönt ist Komiker César Dias. Nichts aus der Ruhe bringt die Dickhäuter von Elvis Errani, die drei indischen Elefantendamen Baby, Mala und Jumba. Musik 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 Tom Deak Jr. Die gemischte Raubtiergruppe von Tom Deak Jr. besteht aus zwei Löwen, fünf bengalischen Königstigern und zwei Ligern, einer Paarung von Löwe und Tiger. Dreifacher Selti unter der Zirkuskuppel zeigen die Flying Costas.